Einige von euch haben sehr lange darauf gewartet. Genauso wie wir. Ja, aber jetzt ist es endlich soweit. Wir sind in unserem Mekka in Akihabara. Wir haben Samstag und auf den Straßen ist es auf jeden Fall ziemlich voll im Akihabara-Viertel, wie man sehen kann. Und Nicole hat sich gerade schon ihre heiß geliebte Bulma gekauft und kauft sich jetzt die dazu passende Lunch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie extrem glücklich darüber ist. Oder Schatz, wie glücklich bist du? Also ich würde sagen, Preise vergleichen lohnt sich tatsächlich in Akihabara, weil diese Lunch hier haben wir gerade an einer anderen Ecke für 4.000 Yen. Wir haben sie jetzt hier für 980 Yen. Ganz große Unterschiede. Vergleich die Preise. Zu essen gibt es hier übrigens auch an jeder Ecke. Die kleineren Lokale sind nur sofort voll. Da müsst ihr ein bisschen schauen. Wir haben endlich mal Klamotten gefunden. Aber Mädels, gleich wieder sehr enttäuschend, denn nur für Männer. Ausschließlich für Männer. Wir haben ein paar wenige gefunden, die für Mädels waren. Aber naja, die sehen entsprechend schlecht aus. Es gibt nur, keine Ahnung, eine Handvoll. Drei vielleicht oder fünf wirklich für Mädels. Und das ist ein schlechtes Girlie Shirt mit einem noch schlechteren Aufdruck. Also ja, das ist die kleine Mädchen-Ecke. Und da seht ihr schon, was wir so kriegen. Also das ist wirklich extrem enttäuschend in Japan. So Mädels, das ist, was für uns übrig bleibt. Nur die sexy Schuluniformen. Das sind Cosplay-Soke. Tino hat Döner gefunden. Hier in Akihabara. Na Schatz? Ich weiß gar nicht, wie ich den essen soll. Den japanischen Döner. Diesmal ein richtiger, hoffentlich. Sehr klein. Aber wenigstens mit lichtem Kebabfleisch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich den essen soll. Einfach rein damit. Einfach rein damit. Tja. Besser als der letzte? Definitiv. Okay. Und auch hier haben wir ein Animate. Jede Menge Greifautomaten. In Übergröße. Die war nicht. Riesige Karpadoras. Mit einem riesigen Greifang. Los Schatz, hol das Karpador. Wir brauchen einen Garador. Was ist das für ein Beschiss? Ey. Ich stehe ein Beschiss an. Ich stehe ein Beschiss an. Ich stehe ein Beschiss an. Ich stehe ein. So gut getrocken. Soll man das machen. Ja. Und sehr viel Geld investieren und die nach und nach darüber ruckeln. Oh, I love you Und Mini-Greifarme gibt es auch! Oh Schatz, hol ihn dir! Wir wurden gerade wieder darauf hingewiesen, dass wir in der Greifarmen Hölle nicht fehlen dürfen. Wir können uns vorstellen warum, aber das ist egal! Sobald es dunkel wird, ist es gefühlt noch voller hier! Überall Anime, soweit das Auge reicht! Neben den ganzen Anime-Geschäften gibt es auch noch Sachen, wo man was essen kann. Wie gesagt, oft überfüllt. Es gibt Souvenir-Shops und einige kleine Läden, die dazwischen gemurgelt sind, die zwar mit ein paar Anime-Figuren im Schaufenster locken, aber die haben keine Anime-Sachen. Das sind dann Elektrofachläden oder sowas in der Art. Oder Uhrenläden. Außerdem gibt es hier noch ganz viele Mädchen, die am Straßenrand in süßen Klamotten dastehen und Flyer verteilen, um dich in ein Metafil zu locken. Die wollen wir jetzt nicht unbedingt so filmen, das ist so ein bisschen indiskret, aber vielleicht kriege ich ja mal ein paar drauf. Aber die stehen hier wirklich alle fünf Meter eine und versuchen dir Flyer in die Hand zu drücken. Hier sieht man jetzt zum Beispiel ein Mädchen, das fürs Milchkaffee wirkt. Kleiner Spoiler-Alarm für Felix. Der kommt zu dir. So, wir sind wieder im Hotel und haben noch ein kleines Fazit zu geben zu Akihabara. Für die, die sich dafür interessieren oder es besuchen wollen und so weiter und so fort. Also wir waren ja schon jetzt an vielen Stellen in die Artbahn und haben auch viele Anime-Geschäfte gesehen. Wir sind ja quasi da schon eingefleischte Profis. Ja, deswegen ist Akihabara jetzt nicht so monströs beeindruckend für uns gewesen, weil wir haben schon viele Geschäfte durch und wir wissen schon, was es so alles gibt. Aber für die, die jetzt nicht quer durch Japan reisen, sondern vielleicht nur eine Woche hier sind oder zwei und da nur in Tokio, ist Akihabara auf jeden Fall ein gefundenes Fressen. Ja, ein absolutes Muss. Ja, denn ihr findet da alles Mögliche über Figuren, jede Menge Figuren und wie wir schon gesagt hatten, Preise vergleichen. Ganz wichtig. Ja, denn die Preise gehen davon so auf so und merkt euch die Figur, versteckt sie vielleicht kurz oder so, wenn ihr könnt und geht nochmal in den nächsten Laden und guckt da, ob die Figur da vielleicht ein Viertel davon kostet. Ja, könnte durchaus passieren. Ja, ansonsten haben sie auch da wieder Anhänger und DVDs und CDs interessieren jetzt vielleicht nicht allzu vielen Leuten, weil die Sprache halt nicht Deutsch wäre oder Englisch manchmal auch nicht mal. Aber das gibt es auch dort. Cosplay gibt es dort. Für Hobbyfiguren, Bastler und Maler gibt es da auch jede Menge. Tatsächlich diesmal auch ein paar Klamotten. Ja, es gab auch Klamotten. Aber hier ein ganz großes Aber für die Mädels. Ihr werdet leer ausgehen. Es ist alles nur für Männer. Es sei denn, Mädels haben jetzt kein Problem damit Oversize zu tragen. Nein, es geht nicht nur um Oberteils. Oberteils ist toll, aber es muss halt auch weiblich geschnitten sein. Es sind halt immer nur diese T-Shirts, immer nur das hier. Also ihr kriegt nicht mal die hier. Die sind total toll, die sind aus Venedig. Aber es ist immer nur der Männerschnitt und man sieht es, dass es der Männerschnitt ist. Also Leute, gerade Mädels, wenn ihr da seid für Klamotten und ihr wünscht euch tolle Oberteile, dann werdet ihr zu 98% nicht bindig. Und wenn die 12% da sind, dass es etwas für Mädchen gibt, dann sind die Aufdrucke lächerlich. Es ist halt nicht sowas hier. Es ist einfach nur irgendwo ein kleines Emblem oder was. Ja, lächerlich. Mädchen kommt nicht hierher für Anime-T-Shirts. Cosplay kriegt ihr genug. Sexy Schulmädchen-Sachen oder Mates. Alles, was euch irgendwie verbilligt, kriegt ihr hier. Nein, das ist falsch ausgedrückt. Es gibt auch süße Schulmädchen-Uniforme, aber es sind halt alles Kostüme. Sind wir mal ehrlich. Ihr könnt es nicht auf der Straße tragen, ohne komisch angeguckt zu werden. Jedenfalls außerhalb von Japan. Genau. So viel zu den Klamotten. Was gibt es noch? Es gibt eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Sticker, Buttons. Also alles an kleinen Kram, was ihr euch so vorstellen könnt. Plüschtiere natürlich. Genau. Ja. Also ihr werdet für mich. Auf jeden Fall. Wenn ihr was von Anime-Kramen wollt, dann nehmt euch hier Akihabara vor. Auf jeden Fall. Bei Tag und bei Nacht gleichermaßen toll. Gleichermaßen schön. Ich meine die ganzen Häuser und Plakate und all sowas und Leinwände. Ist schon cool anzusehen. Genau. Nehmt euch die Zeit und geht auch mal ins Gebäude bis ganz nach oben. Ja. Ja, da könnte vielleicht der ein oder andere Schatz auf euch warten. Richtig. Ruhig mal die Treppen hoch gehen. Genau. Aus meiner Sicht ist das Anime nach wie vor halbwegs enttäuschend. Sie haben keine Figuren. Wieder nicht. Es gibt aber jede Menge Kleinkram. Also Schlüsselanhänger und so weiter. Für die bekannten Animes, also uns Bekannte in Deutschland. Ich meine die, die keine Subs gucken und so. Die, die das auch aus dem Fernsehen kennen und so weiter. Da gibt es auch immer nur sehr wenig leider. Aber ihr werdet fündig. Ja. Oh, nochmal für die, die speziell für Sailor Moon herkommen. Es gibt genug, weil es das Magical Girl Dings kommt. Nee, nicht nur ich. Also bin ich nicht nur, aber hauptsächlich die, die man halt so kennt. Und Sailor Moon. Und Sailor Moon gibt es wirklich fast überhaupt nicht. Man mag es gar nicht glauben, denn es ist die Geburtsstätte des Shoujo Mangas. Aber nein, gibt es fast gar nicht. Ein paar ganz wenige Figuren in Akihabara dann. Aber das war es im Grunde schon. Ihr müsst den Sailor Moon Store ansteuern, wenn ihr da irgendwas haben wollt. Ist der in Shibuya? Ich glaube ja. Ich glaube das hat zu Shibuya gezählt. Sailor Moon Store eingeben. Es gibt glaube ich nur einen in Japan. Genau. Richtig. Der war zwar klein, aber eben geballte Sailor Moon Power. Da wird man wahrscheinlich fündig. Ja, ansonsten Akihabara. Ihr findet da auch überall immer was zu essen. Die Restaurants, die kleinen, die sind oft sehr voll. Ein bisschen gucken. Und ich habe noch zu erwähnen. Man denkt immer, ein ganzes Stadtviertel Akihabara. Aber dieses Stadtviertel, wie viele Meter geht das? 400 Meter oder so? Und dann ist Schluss. Und dann auch nur die eine Straße. Also die Seitenstraßen kann man vernachlässigen. Es gibt eine Seitenstraße, wo noch ein bisschen was ist. Aber ansonsten ist es diese eine Straße, wo rechts und links überall Anime-Kram ist. So wie wir es jedenfalls bis jetzt mitbekommen haben. Und wenn ihr vorhabt, jetzt einen ganzen Tag für Akihabara zu opfern von eurem Urlaub, dann werdet ihr den auch füllen können, wenn ihr euch länger in den Geschäften aufhaltet. Aber es ist durchaus auch was für die Durchreise. Ihr könntet da schnell auch vorbeihuschen. Wenn ihr da jetzt irgendwie Figuren bloß haben wollt oder sowas, könnt ihr auch in ein paar Stunden da euren Spaß haben. Also ihr müsst nicht das Gefühl haben, was Großes verpasst zu haben. Denn, sind wir mal ehrlich, der eine Laden ist so wie der andere. Wenn ihr jetzt eine spezielle Figur wollt, müsst ihr vielleicht in mehrere, weil es vielleicht nicht jeder hat. Aber sonst, ihr werdet auf jeden Fall trotzdem euren Spaß haben, auch wenn ihr nur ein paar Stunden Zeit habt. Ja. Ja, Bahnverbindungen sind gut. Also da sind mindestens drei Bahnhöfe, die direkt zu Akihabara angesteuert haben. Mindestens drei, ne? Ja, es sind sogar vier, würde ich sagen. Vier, okay. Ja, und man kommt von daher halt eigentlich auch überall hin. Wenn man bereit ist, ein paar Meter zu laufen noch, kann man sogar durchfahren oft von den meisten Stellen. Weil es gibt halt auch ein wahnsinnig gutes Streckennetz in Japan. Und ja, Preise. Wie würdest du insgesamt die Preise so einschätzen? Das könnte für die meisten auch wichtig sein. Naja, ich würde sagen, sehr durchwachsen. Also wie gesagt, die Figuren geht von sehr, sehr günstig bis hin zu etwas teurer. Aber immer noch günstiger als Deutschland. Auch hier sei noch mal gesagt, wenn man sich hier gerne viele, viele, viele Figuren zulegen möchte, dann kann man das hier sehr günstig tun. Dann muss man bloß das in Kauf nehmen, dass man es dann nach Hause entweder mit der Post schickt oder eben im Rahmen der 430 Euro im Flugzeug, die man da irgendwie frei hat, quasi wieder mit nach Hause nimmt. Also wenn man die 430 Euro nicht sprengt, kann man das auch zollfrei einführen. So haben wir es jedenfalls bis jetzt rausgefunden. Wir fliegen mit Lufthansa und haben an der Stelle sogar zwei extra Gepäcke. Und das ist bei uns... Und zwei Personen. Also jeder noch ein extra Gepäck. Genau. Also jeder noch ein extra Freigepäckstück. Das heißt, wir haben uns gestern tatsächlich dann auch einen Koffer gekauft. Ja. Und zu meinem Glück war der günstigste, den wir gefunden haben, dieser hier. Juhu. 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 Ja, wir wollen na ja mal schauen. Die sind die günstigsten! Vielleicht finden wir ja hoffentlich noch irgendwie was anderes. Jedenfalls... Es ist auf jeden Fall dann immer noch günstiger, als hier irgendwie schwere Pakete zu verschieben. Ja. Okay. Ich glaube, das war's mit unserem Fazit und mit diesem Video. Ja. 8 Minuten und 30 war... Bis dann so. Okay. Dann bis zum nächsten Mal.